Einen wunderschönen guten Morgen. So langsam aber sicher, da starten wir in die heiße Phase. So wie im jeden Herbst. Neben der neuen Hardware, da steht für die meisten Leute natürlich erst einmal das Software-Update ganz im Vordergrund. iOS 15 hat über seine Beta-Zeit hinweg, über den Sommer hinweg, so ein paar Features verloren. Einige der Funktionen, die auf der WWDC noch angekündigt waren, die verzögern sich nun. Und trotzdem, trotzdem türmt sich ein Berg an Kleinigkeiten auf, an kleineren, aber bemerkenswerten Neuerungen.